Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land und heute wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection Update Video präsentieren. In den Collection Updates will ich euch mal ein bisschen zeigen, wo ich aktuell bei der Sammlung bin. Dazu benutzen wir verschiedenste Quellen. Zum einen wollen wir uns natürlich ein bisschen das All the Things Add-on anschauen. Dann gucken wir uns einmal auf der Seite Data for Azeroth um. Das ist ja eine recht nette Collection Seite. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Tabelle, die ich so ein bisschen führe, wo wir dann so ein bisschen schauen können, wo die Reise hingegangen ist. Juti, das letzte Mal war ich unterwegs vor zwei Monaten tatsächlich. Es war jetzt schon wieder eine relativ lange Zeit, am 14.05. Und ja, ich habe anscheinend hier das Datum falsch eingetragen. Heute haben wir den 22.07. Und dann hier 2004, ne, 24. So, okay. Haben wir das auch fix gefixed, genau. Und dann haben wir da so ein bisschen eine Übersicht, wo wir uns jetzt in weit verbessert haben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal an mit dem ersten. Und zwar mit Data for Azeroth. Schauen wir ein bisschen drüber, wo wir aktuell stehen. Ich bin jetzt beim Completion Score bei 951.842. Das ist jetzt auch so der Endscore von der Expansion. Denn bei mir ist jetzt so, dass übermorgen, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich bei euch schon morgen quasi der Pre-Patch kommt. Da ändert sich ja wieder extrem viel Zeug. Es kommen alle möglichen neuen Mounts, Pets, Toys, Chiefs und alles mögliche rein. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen der Abschluss von Dragonflight. Aktuell bin ich noch auf Platz 1 im quasi Complet-Score. Der Complet-Score setzt sich quasi aus diesen Scores zusammen. Die da unten sind so ein bisschen extra. Und das sind halt alle Sachen wie Mounts, Pets, Toys, Titel, Quests, Rezepte, Appearance und Erfolge. Und ja, da ist einiges drin. Wir können jetzt hier auch mal kurz reinschauen. Ich versuche das Ganze wieder kurz zu halten. Ihr wisst, das klappt eh nicht. Aber ich versuche auf Sachen, die ich jetzt in vorherigen Folgen näher eingegangen bin, nicht mal ganz so tief einzugehen. Und dementsprechend, ja, ist vielleicht auch das ein oder andere dann Fragezeichen. Aber da müsst ihr euch am besten dann die letzten Folgen angucken. Gut, dann schauen wir mal rein. Ich bin aktuell noch über 10k Punkte vom Gaulisch. Das ist aktuell der zweite. Was ich gesehen habe, Dirty B, der hat jetzt aufgeholt. Der ist ganz gut dabei. Der hat jetzt Wälderinnen überholt. Und der hat in einigen Punkten schon eine echt gute Collection. Und hat Potenzial, mich irgendwann einzuholen. Also da ist auf jeden Fall die Konkurrenz, die schläft nicht. Gut, aktuell sind wir aber noch safe. Und ja, von einigen von den Countern hat sich nicht viel geändert. Bei den Achievement Punkten bin ich nur auf World 71. Liegt ein bisschen dran. Ich habe kein einziges Achievement Plus gemacht. Zwar einige Heldentaten, weil zwischendrin kam ja M.O.P. Remix raus. Das Einzige, was mir aktuell fehlt, sind immer mehr Drassil Raid. Quasi 10 Achievements. Und die haben mir auch beim letzten Mal schon gefehlt. Ich bin da ja nicht aktiv am Raiden. Ich habe mir überlegt, einen Run zu kaufen. Jetzt wollte ich mal noch ein bisschen abwarten mit diesen Erweckten Raids. Eventuell für die Portale hatte ich mir überlegt. Dann war das relativ teuer für jetzt in Anführungszeichen nur drei Portale. Jetzt dachte ich mir, jetzt warte ich mal im Pre-Patch. Da sollte man das Mount ja immer noch kriegen zu 100%. Und eventuell hole ich mir da dann einen Run. Aber das muss ich noch gucken. Das werden wir da sehen. Deswegen bin ich da ein bisschen quasi abgeschlagen. Aber wie gesagt, das sind im Endeffekt nur einmal ein Raid ran. Und dann wäre ich da auch auf Platz 1 oder habe halt dementsprechend alle Erfolge. Genau. Bei den Mounts bin ich aktuell auf Platz 12. Bei den Pets auf Platz 1. Bei den Titeln auf 7. Bei Reputation auf 2. Bei Rezepte auf 4. Bei Quests auf 5. Bei Toys auf 3. Und bei Appearance bin ich auf Platz 1. Das war ja der Hauptpunkt, den ich aktuell gefarmt habe. Und zwar bin ich da jetzt bei 80.282. Und da können wir jetzt... Oh, das wollte ich nicht. Wir wollten hier ins Ranking reinschauen. Ja, da bin ich jetzt aktuell so 2k über dem Gaulisch von den Appearance. Ja, ein ganz guter Puffer, würde ich sagen. Genau. Das war jetzt so die grobe Übersicht. Da bin ich jetzt im... Achso, unten sind halt auch noch ein paar Rankings wie Compliceness Score. Da ist, glaube ich, der Score, wo jeder Punkt quasi nur einzeln zählt. Also ein Rezept zählt 1, eine Quest zählt 1, ein Toy zählt 1, eine Appearance zählt 1. Das ist halt einfach eine andere Gewichtung im Endeffekt. Und ja, auch da bin ich natürlich auf Platz 1. Aber man muss ehrlich sagen, wenn die Gewichtung halt anders ist, zählen halt Appearance am meisten. Wenn es 80.000 Appearance gibt im Gegensatz zu 1.000 Mounds, naja, da sind die Mounds halt nicht viel wert. Heißt, wenn Appearance hoch ist, ist in diesem Complication Score, wo jedes quasi als 1 zählt, am höchsten. Hier in diesem Score hat man eine Gewichtung. Da ist es dann so, dass Mounds 100 Punkte zählen, Pets, Toys, Titel, ne, und so weiter. Und ja, auch bei Achievement Punkten ist da eine andere Gewichtung. Pro Achievement Punkt gibt es dann 3 Punkte. Und ja, da ist da natürlich die Gewichtung ein wenig eine andere. Dann gibt es hier unten auch noch Sachen, die jetzt nicht im Score dabei sind, also nicht in diesem Komplettscore. Und auch, glaube ich, in dem hier nicht. Achievements, das ist ja irgendwie auch schon da ein bisschen mit drin. Feast of Strengths und Legacy Achievements sind beides Heldentaten. Also Erfolge, die keine Punkte bringen. Pets spiegelt sich ja da oben wieder in dem Pet-Score, ne. Das sind die einzelnen Pets. Und jedes Pet, das quasi auf blau ist es ja. Und 25 ist, ähm, gibt quasi 100 Punkte. Deswegen ist das halt genau der Mal-Faktor 100. Und dann haben wir noch Oldscore. Aktuell habe ich 157 Max-Level-Charaktere. Und im Oldscore werden halt jedes Level zusammengezählt, ne. Also wenn du halt auch ein 50er Char hast, geht da plus 50 hoch. Wenn du ein 10er Char hast, geht da auch plus 10 hoch. Ich glaube, alles unter 10 wird in der Armory nicht gespeichert. Deswegen wird das auch nicht quasi dazu gerettet. Und dann gibt es halt noch die Honor-Level und die einhaften Siege sind hier auch noch mit dabei. Genau, das ist soweit, ähm, das eine. Ich meine, es gab ja auch noch hier, ähm, mittlerweile andere Statistiken. Es gibt ja auch Charakter-Statistiken, ne, die man sich angucken kann, wo jetzt nur der einzelne Charakter gewertet wird. Ist immer so ein bisschen schwierig, äh, mit denen, weil, ähm, manche Klassen haben ja weniger Quests oder mehr Quests. Oder wenn man bestimmte Berufe hat, ne, dann gibt es mehr Rezepte für die Berufe. Also das ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache, diese charakterspezifischen, äh, Stats. Da wurde mittlerweile noch einiges quasi mehr eingefügt. Es gibt auch für Profession nochmal einzelne Unter, ähm, einzelne Unterkategorien. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt, aber anscheinend habe ich im Weltweite am meisten Verzaubererkunst, Juwenschleifrezepte. Und, äh, Inscription ist Inschriftenkunde. Kochen bin ich auch auf Platz 1, so wie es aussieht. Witzigerweise, die Berufe, die ich mit meinem Main habe, den ich so Classic, ähm, habe, äh, bin ich nicht so gut. Also Blacksmith, also Schmiedekunst bin ich 57 und Lederverarbeitung noch 2. Aber, ähm, das liegt auch alles daran, dass da halt Rezepte sind, die removed wurden, die ich halt wahrscheinlich dann damals nicht geholt habe. Es gibt immer hier, ähm, Obtainable Only, ne, da werde ich wahrscheinlich überall auf Platz 1 sein. Ja, also alles das, was man holen kann, habe ich natürlich geholt, was man machen kann. Und, ähm, ja, selbiges Obtainable Only gibt es halt dementsprechend auch, ähm, hier für den, für dieses Hauptfenster, ne. Also sowohl bei, ähm, Rezepten als auch bei Toys oder, ähm, Quests und solche Geschichten, dass man nur die man aktuell holen kann, dass die mit drin sind. Wobei bei den Quests bin ich mir gar nicht sicher, ob das dann auch so passt. Hm, müsste ich mir mal nochmal genauer angucken, ne, aber das, äh, würde jetzt auch zu weit fühlen. Also da gibt es mittlerweile ganz lustige Spielereien, wo man hier auf der Seite so ein bisschen auch gucken kann, okay, ich habe vielleicht später angefangen, aber wie stehe ich jetzt im Ranking von Sachen, die man noch holen kann, wenn jetzt zum Beispiel ich x Sachen, ähm, die man in Expansion XY holen konnte, aber dann removed wurden, wenn die rausfallen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Appearance, äh, Gedöns geht, weil das kannst du ja aus der IP, äh, IP nicht auslesen, aber gut, äh, ich denke mal, das wird halt hauptsächlich für so Sachen wie, ähm, wie Mounds, Pads, Rezepte, Toys und so gelten, ne. Gut, äh, jetzt würde ich sagen, halten wir uns hier nicht länger auf. Ihr habt gesagt, wir wollten nicht so lange machen, aber das klappt schon wieder nicht so gut. Jetzt können wir uns mal die Differenz angucken. Das letzte Mal hatte ich ja, ähm, am 14.05. gemacht, das ganze Update, und das war noch vorm Panda Remix, meine ich. Und ja, das sind jetzt, wie gesagt, ein bisschen über zwei Monate. Ich habe jetzt in der Zeit, ähm, 11.000, ähm, Temox Plus gemacht. Äh, nee, das sind nicht die Temox, 11.000, ähm, Completion Score. 11.000 Temox wäre viel. 11.000 Completion Score, und das ist halt, wie gesagt, äh, die Komplettsumme aus den Ranking-Materialien, die wir hier reinfließen lassen können, und zwar, ähm, sind das quasi 40 Mounds, die ich plus gemacht habe, viele natürlich auch aus dem Panda Remix, und die zählen halt zum Beispiel jetzt immer 100 Punkte, ne. Also das sind dann, äh, 4.000, ja. Und dann, äh, Pet Score habe ich 500 plus gemacht, also waren das 5 Pads, ne, gut, waren jetzt nicht so viel. Dann gab es vier Titel, dann haben wir hier 47 Rezepte, ich bin jetzt gerade überlegen. Ah, das werden von der vierten Season diese PvP-Rezepte gewesen sein, wisst ihr, wo man dann Inschriftenkunde sich was bauen kann, die ganzen Lederschneider und so, das wird wahrscheinlich das, das ganze Gedönse sein. Dann, ähm, 11 Toys waren's, das ist wahrscheinlich auch einiges, ist Panda Remix. Dann Appearance habe ich 5000 plus gemacht, da ist natürlich auch sehr viel aus dem Panda Remix, muss man ganz klar sagen. Blizzard hat es ja dann im Laufe des, ähm, Events hinbekommen, dass man auch die Assemble lernen kann, obwohl man, äh, quasi schon das Grundaussehen hat, ne, wo ja, ja, schon das ein oder andere an Problemchen seit längerem im Spiel ist, unter anderem mit dem PvP-Assemblen, die immer noch nicht funktionieren, aber da werden wir später, denke ich mal, noch zu sprechen kommen drauf. Dann, ähm, Completion Score, das ist halt wieder dieser Einzelscore, den wir uns vorher angeguckt haben, da sind es halt 5325 Punkte plus, und da seht ihr halt, das ist fast alles T-Mock, ne, wenn man jedes Einzelne zählt und die anderen Punkte sind dann quasi zu vernachlässigen. Dann Achievements habe ich 158 plus gemacht, ähm, ich glaube, das sind so viele, weil hier die Panda Remix-Erfolge unter den normalen Achievements gelistet sind und nicht unter Feast of Strengths oder Legacy Achievements ist, obwohl es auch quasi keine Punkte bringen, also, finde ich ein bisschen unwirklich, unglücklich von Blizzard gemacht, aber anscheinend bei der Auswertung fließen sie trotzdem als Achievements quasi ein. Dann Feast of Strengths sind es 22, dann Legacy Achievements keine, Pets 5, ne, hat man schon ahnen können da oben bei den 5 Pets, dann Alts, hab nochmal 15 Chars auf Max gespielt, das war hauptsächlich Panda Remix, ähm, da brauchte ich auch einige Chars, um die ganzen Waffentransmocks zu farmen und hab mir dementsprechend ein paar hochgespielt. Der Oldscore ging dann dementsprechend um 657 hoch, ein paar Ehrenlevel hab ich noch gemacht und ein paar Ehrenhafte Kills, ich hab ein bisschen im PvP noch Elite-Satz gefarmt und, ähm, allgemein die ganzen Sets, äh, diese ganzen erweckten Sets, weil das alles neue IDs sind und ich vermute, die fallen raus, sobald, äh, die Expansion zu Ende ist, weil mit Shadowlands war es ja so, nachdem die Expansion zu Ende war, waren die Faded Raids raus und ich schätze mal, das wird bei den erweckten Raids genauso sein und da hab ich geschaut, dass ich noch die ganzen Sets zusammenkriege. Und im All the Things sind wir von davor, ähm, fehlenden Items 7936 auf 3068 runter, ihr seht, wir sind erst ein gutes Stück hochgegangen, ja, um 3600 hochgegangen, das war nämlich noch, ähm, bevor Panda-Remix quasi mit im All the Things war und, ähm, da haben mir noch 4000 Sachen gefehlt und dann ist das natürlich dazu gekommen, ne, das war, war eine relativ große Menge, die hab ich jetzt alles abgearbeitet und noch ein paar Sachen außerhalb von Panda-Remix und jetzt sind wir schön runter auf insgesamt 3000, ähm, 3068, heißt, ich hab 4868 Punkte aus dem All the Things rausgekriegt, also, äh, mehr als halbiert haben wir das Ganze, aber gut, über Panda-Remix ging halt auch das Zeug schnell raus, ne, muss man ganz klar sagen. Das sind, ähm, 2,71%, die wir dann nochmal gut gemacht haben und sind jetzt auf 98,3% und da können wir, denke ich mal, gleich, ähm, anknüpfen und im All the Things gucken, beziehungsweise vielleicht schauen wir nochmal die großen, ähm, Collection-Sachen durch, das habe ich die letzte Mal, glaub ich, auch gemacht. Ähm, fangen wir an mit den Achievements, also ihr seht, mir fehlen genau 10 Achievements und diese 10 Achievements sind einmal hier unter Dragonflight Schlachtzüge drin und das sind halt, naja, einmal, ne, hier die Bosse besiegen. Also das ist ein Achievement plus neun Bosse, das sind 10 Erfolge, ne, das ist alles, was fehlt. Da bin ich halt, wie gesagt, am überlegen, kaufe ich ein Pre-Patch noch, äh, ein Run oder mache ich das dann erst mit Wardle Finn und spare mir das, das Gold. Das Mount wäre wahrscheinlich doch nicht schlecht, wenn man es noch holt, weil da können wir gleich aufs Nächste eingehen und zwar, ähm, hier, das fieh ich. Das brauche ich noch. Das ist einmal das Fyrag Mount und zwar, ähm, kriegt man das von Fyrag Mythic und, ja, das müsste ich mir noch holen. Das ist jetzt eigentlich das letzte Mount, was ich noch brauche. Ein weiteres haben wir hier noch drin, wilde schwarze Kampfschildkröte und das wird als Promotion markiert, aber man weiß leider noch nicht, wo man das herkriegt, ne. Heißt, ähm, ja, das ist zwar schon hier in den Daten drin, aber es hat noch keine Quelle. Ich vermute, das könnte auch wieder aus dem Handelsposten kommen. Eine andere Farbvariante hatten wir ja da tatsächlich schon mal. Und ja, das ist so, wie gesagt, das Letzte, was ich da brauche. Bei den Pads, ähm, ist, glaube ich, gar nichts mehr drin, genau. Da habe ich aktuell alles. Und bei den Spielzeugen habe ich aktuell auch alle, die man holen kann. Also das sind so die großen Collection-Sachen. Gut, ähm, dann schauen wir einmal ins All the Things rein. Vielleicht ziehen wir es auch ein bisschen größer, dann können wir das ein bisschen weiter aufmachen. Und ja, was haben wir da alles Schickes drin? Mittlerweile seht ihr, es sind nicht mehr so viele Kategorien drin. Ich habe die Einstellungen so gewählt, dass alles, was vollständig weg ist, ne, was auf 100% ist, fliegt raus. Außer, ähm, ne, Sachen, ihr seht euch hier zum Beispiel 100%, da ist aber so ein Diamant-Symbol da drin. Das heißt, äh, es sind noch Währungen drin, die quasi man benötigt, um irgendwas anderes zu holen, was man kollekten kann. Das ist zum Beispiel jetzt hier von der Rufer, Legendary Waffe. Die habe ich leider immer noch nicht. Vielleicht habt ihr mein letztes oder vorletztes Waste-Video gesehen. Die Legendary Waffe aus Amir-Drasil, die Axt, die habe ich mit meinem Krieger mittlerweile. Mit meinem Rufer die Legendary Waffe aus Avaros, die habe ich leider noch immer nicht. Ich habe jetzt 10 HC-Kills. Und ich hoffe, jetzt sind es, glaube ich, noch 4 Wochen, bis die Expansion released wird. Vielleicht mit 14 Kills. Vielleicht habe ich sie bis dahin. Und ich hätte es gern weg, bevor der Waffe rauskommt, weil danach weiß ich nicht, ob ich noch zukomme, da Avaros zu fahren. Aber wir werden es sehen. Genau deswegen ist das jetzt zum Beispiel noch drin. Gut, jetzt fangen wir oben an. Ähm, aktuell, das meiste, was mir fehlt, ne, ist hier unter Dungeon und Schlachtzüge. Und ich habe jetzt endlich so die letzten paar Sachen rausgekriegt, die letzten World-Bosse im MOP. Und jetzt fehlt mir wirklich nur noch Shadowlands und Dragonflight. Und in Shadowlands sind es halt auch nur die Raids, wie ihr seht. Also das sind hier quasi nur Raid-Items. In vor allem Castle Nathria sind es aber mehr Items als die 62. Das werden wir gleich in anderen Unterbereichen noch sehen. Denn dort droppen so Tokens, ne, so Waffentokens. Und die kann man bei den verschiedenen Covenants gegen Waffen eintauschen. Und im Endeffekt gibt es da alle möglichen Waffenarten. Und das gibt es halt immer viermal, weil jedes Covenant hat quasi ein anderes Aussehen von den Waffen. Was ja recht sinnig ist, ne, weil die haben dann recht coole, verschiedene Aussehen. Aber ist da natürlich ein Haufen Waffentoken, die man sich farmen muss. Genau, also Shadowlands, Raids, die habe ich jetzt aber absichtlich noch nicht angelangt, ne. Ich habe es bis BFA alles gemacht, auch die Dungeons, ähm, alle weg. Denn mit dem Pre-Patch, also jetzt von mir aus übermorgen, ähm, ist der Content in Shadowlands Legacy-Loot, ne. Also man hat dann Legacy-Loot freigeschalten. Bedeutet, wenn ich alleine einen Boss umhau, kriege ich den kompletten Loot wahrscheinlich für eine volle Gruppe, ne. Also müsste ich wahrscheinlich fünf oder sechs Items kriegen. Aktuell, wenn du nicht Legacy-Loot hast und reingehst und den Boss-Solo umhaust, dann kriegst du keinen Loot oder vielleicht, wenn du Glück hast, ein Item. Es ist nämlich so, für fünf Leute gibt es ein Item, für zehn Leute gibt es zwei Items. Das ist so der normale Ding. Also pro fünf Leute gibt es immer ein Item. Und wenn du mit zehn rein bist, droppen immer zwei Items. Wenn du aber alleine rein bist, dann hast du nicht mal die fünf voll, dann hast du eine Chance wahrscheinlich von einem Fünftel ein Item zu kriegen, ne. Also eine 20% Chance, ein Item bei einem Boss zu kriegen. Heißt, es lohnt sich nicht, das zu farmen. Selbst wenn man es Solo machen könnte. Und sobald der Legacy-Loot-Modus reinkommt, kann man vielleicht mit einer kleinen Gruppe rein, mit ein paar Leuten, vielleicht fünf, sechs Leute oder so, und kriegt dann den vollen Loot. Und ja, dann lohnt sich das wesentlich mehr, das zu farmen. Deswegen habe ich das so ein bisschen nach hinten geschoben und versuche erstmal einige andere Sachen fertig zu kriegen. Das andere, was mir natürlich fehlt, sind jetzt hier in Dragonflight die Raids. Da bin ich aber auch schon halbwegs weit, weil ich da die verschiedenen Sets jetzt gefarmt habe, auch für aus den erweckten Raids, wo man es hat, das auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Also Dungeons bin ich schon fertig. Im Plus ist jetzt, glaube ich, hier noch diese 0, irgendwas Prozent, die Tiefen drin, aber das wird wahrscheinlich nichts. Und hier unter Erweckt sind halt noch die restlichen Set-Sachen drin, die mir fehlen. Und da seht ihr wieder dieses Symbol hier, Transmog-Aufwärts-Symbol ist das, glaube ich. Also HC-Sets habe ich alle. Und Mythic fehlen mir hier noch ein paar wenige Teile. Hier sind jetzt aber nur die Set-Teile drin, denn nur die Set-Teile haben quasi eine neue ID und die, ja, die Non-Set-Teile haben quasi eine alte ID. Okay, heißt zum Beispiel die Handgelenke und der Umhang, Gürtel, Schuhe, die haben dieselbe ID, wie das quasi was aus der jeweiligen Indie droppt und alle Set-Teile, also Kopf, Schultern, Brust, Hose und Hände haben jetzt eine erweckte neue ID. Genau. Und ja, wo ich das immer ganz gern nachschaue, wo man es auch ein bisschen besser sieht, ist hier unter den Erweiterungsfeatures und da haben wir einmal Überlebungskatalysator und da haben wir hier quasi die ganzen Items, die man jetzt im erweckten Modus hat. Also lakonische Held, Season 4, Dragonflight, da sind diese ganzen Sachen drin. Und hier sind auch die Offset-Teile sogar noch mit dabei und ihr seht, da brauche ich jetzt nur noch müthig ein paar Sachen. Ich habe jetzt mit allen Twings quasi mich durchs M-Plus durchgeärgert, also wirklich mit jeglichen Klassen und ganz fertig bin ich noch nicht, aber das soll man anscheinend im Pre-Patch auch noch weiterfarmen können und ja, da werde ich dann noch ein bisschen M-Plus spielen. Gut, jetzt gehen wir aber hier in der Reihenfolge normal weiter. Bei den Außengebieten fehlen mir nur noch 40 Sachen. Eigentlich, meiner Meinung nach, sollte da gar nichts mehr drin sein. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Also ein Oribos ist auch wieder nur das Währungssymbol dran. Da gibt es einfach halt diesen Koffer, wo man gegen Ehrenabzeichen umtauschen kann und ich kann aktuell nichts mit Ehrenabzeichen kaufen, aber es sind ja ein paar von diesen Assembles verbuggt und deswegen ist es drin. Das werde ich euch aber nachher auch bei den PvP-Sachen noch zeigen. Und ja, das Einzige, was ich noch habe, ist hier Dracheninseln und hier sind lauter verbuggte Sachen drin. Unter anderem mit Amitrasil sind Kisten drin, die kann man aufmachen und ihr seht, ich habe über 50%. Jetzt ist es so, dass das Kisten sind, die kann man öffnen und dann gibt es jeweils irgendeinen Appearance raus, also so ein Waffen-Appearance. Ich habe diese ganzen Waffen-Appearance relativ am Anfang, als Blizzard diese Dinger reingemacht hat, gesammelt. Heißt, diese Waffen-Appearance habe ich. Die Kisten haben alle eine eigene ID und nach einer Woche oder zwei hat Blizzard entschieden, dass sie bei allen Kisten die IDs ändern und neue IDs reinmachen, aber dieselben Waffen drin lassen. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut, das haben sie einfach random entschieden. Jetzt ist das Problem, diese Kisten sind alle accountweit nur einmal öffnenbar. Und da ich die T-Mocks habe, kann ich die Kisten, sehe ich die nicht mal mehr. Also ich kann die nicht nochmal aufmachen. Das bedeutet das, ich habe zwar das T-Mock davon, aber ich kann mit keinem Char auf dem kompletten Account diese Kisten nochmal öffnen. Jetzt sind die hier drin und das Problem haben anscheinend mehrere. Ich habe das auch schon im All-the-Things-Discord gemeldet, aber es ist irgendwie schwierig, das zu fixen, so wie es aussieht. Also die Dinger, ja, weiß ich nicht, die kriege ich halt nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Dann hier bei Waldracken ist halt dasselbe drin, auch wieder dieses PvP-Ding für dieses Ehrenabzeichen. Und dann habe ich noch eine Zara-le-Köhle. Gibt es hier Elite-Sets aus der zweiten Season. Und die kann man auch darüber kriegen, da man aktuell ja noch Arboros laufen kann. Und den Arboros, wenn du den Raid komplett clearest, ist es quasi so, dass du so einen Token bekommst. Das kannst du nur einmal pro Char machen. Zur aktuellen Season, also zur aktuellen zweiten Season, war es so, du konntest quasi den Arboros-Late clearen. Du konntest, wenn dann ein gewisses Rating im PvP oder im M-Plus spielen. Da die zweite Season zu Ende ist, kannst du M-Plus und PvP-Rating vergessen. Aber der Arboros-Rate zählt immer noch. Und man muss halt dann, ich glaube, 65 Tokens auch, man. Also 5 pro Klasse. Und ich habe jetzt schon über die Hälfte weggemacht. Ich bin dann mit einigen Charts mal durchgelaufen. Viele Evoker wollen da ja die Legendary Waffe farmen. Und da habe ich mir schon ein bisschen was gefahren. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit nicht mehr geschafft, da weiterzumachen, weil mit den Elite-Sets und dem ganzen M-Plus, was ich aktuell mache für diese Set-Sachen, das frischt schon verdammt viel Zeit tatsächlich. Aber mal gucken. Das werde ich demnächst vielleicht mal noch weitermachen. Meiner Meinung nach gehört das nicht unter die Außenbereiche, sondern ich hätte das, wenn ich es designen würde, unter Arboros gesetzt. Weil die einzige Möglichkeit, das zu kriegen, ist, wenn du Arboros clearst. Klar, der Händler steht nicht in Arboros drin, aber der gehört meiner Meinung nach unter das Dungeon, weil anders kommst du das Zeug nicht mehr. Heißt, wenn die beiden Sachen gefixt wären, dann wären eigentlich die Außenbereiche soweit fertig. Dann Erfolge. Naja, da sind halt diese Dungeon-Kists, die hatte ich euch vorher schon gezeigt. Und halt so die üblichen Season-Sachen, das sind jetzt hier alles Heldentaten. Unter anderem halt die erweckten Raids. Und da bin ich nur überlegen, ob im Pre-Patch, wenn ich dann ein günstiges Angebot finde, ob ich mir die vielleicht kaufe, die mythisch erweckten Raids. Muss ich es halt immer überlegen. Jetzt, Amir-Drasil, klar, würde ich noch so brauchen. Auch non-erweckt. Und auch das Mount. Aber die anderen, die habe ich im Mythic. Das wäre dann halt tatsächlich wirklich nur für die Portale. Und ob man dafür einen Haufen Kohle reinhaut, muss man sich halt überlegen. Genau. Und halt, klar, eine Heldentat mehr. Aber, naja, so viel dazu. Dann, Erweiterungsfeatures, da ist noch relativ viel drin. Jetzt kommt so ein bisschen der Simbolo-Teil. Ich habe ja ein paar Videoreihen, wo ich ein paar Sachen öffne. Und, ähm, ja, wenn ihr das jetzt nicht gespoilert haben wollt, dann vielleicht ein Mythos skippen oder zwei. Ähm, ja. Aber wir gehen jetzt jetzt trotzdem mal durch. Denk mal so groß. Ähm, das wäre schade, wenn ich es jetzt hier nicht mitzeige. Also, jetzt, was ich hier in den Erweiterungsfeatures noch drin habe, sind quasi ein paar Expansions. Einmal Mist of Pandaria. Das sind im Endeffekt die paar Items, die ich aus den MOP-Szenarien noch brauche. MOP-Remix hat mir tatsächlich hier ein bisschen geholfen. Denn, als die Assemble gefixt waren, sind zumindest alle, ähm, normalen Slots rausgeflogen. Also, alle Kettenplatte und so weiter, ne, Rüstungsslots. Was aber in den Tokens immer nicht drin waren, waren die, ähm, einmal die Rücken, ne, deswegen sind die noch drin. Und die Waffen. Das Gute ist, Waffen hatte ich auch schon einige rausbekommen über die Quantum-Items aus, ähm, dem Mega-Dungeon hier in Tal Terrasus. Ähm, und ja. Ja, leider, die Waffe war da anscheinend nicht in diesen Tokens drin. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich noch die restlichen Umhänge und die Waffe hier farm. Der Pool ist aber so riesig, dass das noch ewig dauern kann, bis ich das Zeug kriege. Denn ich mache das immer mit, ähm, quasi Test-Chars, in Anführungszeichen, die man sich ja aktuell auf Stufe 60 erstellen kann. Denn diese Kiste, wo man es rauskriegt, gibt es halt nur durch eine Quest. Und es gibt genau zwei Quests, wo du die Kiste bekommst. Und wenn du die einmal gemacht hast, kannst du die nicht nochmal machen. Das heißt, das bedeutet, ich erstelle den Char, mache die zwei Szenario-Quests, lösche den Char wieder, erstelle den nächsten Char. Ne, nur so geht's mit meinen ganzen 150 Chars, was ihr da vorhin gesehen habt. Mit denen habe ich das alles schon gemacht, diese Quests. Also, und, ähm, Test-Chars kannst du, glaube ich, in der Woche nur 8 oder 12 Fans, glaube ich, ähm, erstellen. Und ja, das mache ich dann jede Woche, erstelle ich meine paar Test-Chars, mache die Szenarien, lösche die wieder und muss dann wieder eine Woche warten. Naja, so ist das. Vor Lords of Draenor, ähm, habe ich jetzt noch einen Umhang aus der großen Kopfgeld-Belotung. Ähm, da habe ich ja auch eine kleine Videoreihe. Das Ding will einfach nicht droppen, ich sag's euch, das ist so eine Rotze. Bin da schon ewige und drei Tage dran. Und, ähm, das andere, was ich hier noch offen habe, ist Missing Loot. Ähm, den gibt's aus der Garnision, wenn man einen Stufe-20er Char hat, der wiederum eine Garnision hat. Und die ganzen Anhänger braucht man auf verschiedenen Stufen, auf 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40. Also du brauchst von jeder Stufe einen Anhänger. Und dann hat mir noch jemand gesagt, die Chars an sich dürfen kein Gier haben. Also du brauchst ewig viele Voraussetzungen, dass bestimmte Items droppen können. Ich bin da jetzt schon drei, vier, fünf Monate dran, ich weiß nicht wie lang. Und die Teile habe ich immer noch nicht bekommen. Guck da alle paar Tage mal nach, ob die richtigen Missionen droppen. Also das ist, das ist so ein richtiges Elend. Ich sag's euch, das ist ein richtiges Elend. Genau. Dann Battle for Azeroth. Naja, da habe ich die gleiche Problematik immer noch, wie wahrscheinlich auch bei den letzten paar Teilen. Äh, das sind halt Breadcrum-Quests, die nur einmal pro Account, äh, wirtschaftet werden können. Und da bin ich halt einfach ausgelockt, ne. Also die kann ich schlichtweg nicht machen. Diese Brotcrum-Quests, wie sie auf Deutsch heißen. Und ich habe da auch schon Thread vor ein paar Wochen, Monaten aufgemacht im OlderThings-Discord. Und habe da mal versucht, ähm, ob man die irgendwie da rauskriegt, weil das ist halt ein bisschen blöd, ne. Wenn du einmal quasi die Quest-Reihe gemacht hast und die, was ist es, die, ähm, die Warfront freigeschalten hast und die Breadcrum-Quest übersprungen hast, dann kannst du die nie wieder machen, ne. Und die im OlderThings haben schon eine Mechanik eingebaut. Wenn du die Horden-Version hast, kriegst du automatisch die Alli-Version. Aber ich habe beide übersprungen, das ist das Problem. Und ja, mal gucken, vielleicht schmeißen sie die irgendwie raus, aber anders komme ich da nicht ran. Aber ihr seht, das hier sind wirklich nur Kleinbeträge. Die zwei großen Sachen, die unter Erweiterungsfeatures drin sind, die orten ich beide eigentlich Dungeons-Schlachtzüge zu. Und zwar ist das einmal, hier sind es lauter Händler bei den verschiedenen Covenants, ne. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, das sind diese Waffentokens und die sind alles Waffen aus, ähm, dem ersten Raid aus Castle Nastria, ne. Seht ihr, also da sind ewig viele drin. Und das sind halt dann nochmal 244 Items, die eigentlich hier unter Castle Nastria noch dazugehören, ne. Die sind aber jetzt halt hier in den Erweiterungsfeatures drin. Und das andere hier, was wir da noch haben unter Dragonflight, naja, gut, was ist da noch drin? Das ist halt hier dieses Token drin, ne, was wir ja unter Außenbereiche, Zaralek, also dafür kann man diese Teile kaufen. Gehört für mich eigentlich mit dem zusammen auch unter die Dungeons rein, meiner Meinung nach. Dann hat man die Manuskripte, da ist ein Manuskript quasi aus dem Raid, ne, aus Amedrasil, also auch eigentlich Dungeons. Und das andere ist von Liebelik, ne. Luft, das habe ich nicht gedroppt bekommen, das haben wir aber unten, da hatten wir mal, glaube ich, unter einem anderen Punkt. Und halt Belebungskatalysator, das sind halt die kompletten Sets, auch wieder aus den Raids, ne. Also da hat man diese ganzen Sachen drin. Und heißt, dieser Punkt ist eigentlich auch wieder Raid. Bedeutet, 98% von den Erweiterungsfeatures ist eigentlich auch Dungeon und Schlagzüge. Weil außer diese paar Dinge, aber das sind 5, 8 und 2, also das fällt jetzt nicht ins Gewicht tatsächlich. Genau. Und ja, das nächste da ist halt Feiertage. Da sind jetzt auch nochmal sehr viele Sachen drin, 749. Und ihr seht, jetzt gehen wir erstmal auf die kleinen Liebe liegt in der Luft, das ist halt dieses eine Manuskript, was ich nicht bekommen habe. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es das dann für mich. Brauffest ist jetzt hier auch nur Währung drin. Das liegt daran, weil man die Sachen umtauschen kann gegen so ein Upgrade. Und zwar für Erbstücke. Im Mists of Pandaria gab es ja diese ganzen alten Erbstücke quasi aus MOP wieder. Und die sind einmal hier unten drin. Und jetzt seht ihr, eine Waffe habe ich hier nicht abgegradet. Das liegt daran, dass es im MOP-Remix, glaube ich, die HC-Version der Erbstücke gab. Und diese eine Waffe, die ich hier upgraden soll, die habe ich aber in der Mythic-Version damals in MOP bekommen. Erbstücke, jetzt schauen wir mal rein. Sind dann die Waffen nicht, bin, glaube ich, zu weit. Hier. Seht ihr, ich habe die Mythic-Version. Und wenn du die Mythic-Version hast, überschreibt es die HC-Version. Jetzt ist das Problem, Older Things sagt mir quasi, seht ihr, das ist hier die HC-Version. Ich soll die HC-Version upgraden. Ich kann die HC-Version aber nicht lernen, weil ich die Mythic-Version habe. Ich denke mal, sobald MOP-Remix raus ist, dann kann man das ja auch nicht mehr kriegen. Dann fliegt das aus dem Older Things raus. Und damit fliegen auch diese ganzen Möglichkeiten raus, wo man diese Upgrades kriegt, wie das Braufest zum Beispiel. Macht ja keinen Sinn, in Anführungszeichen. Genau. Und was ich dann noch drin habe, ist halt hier einmal den Schuh. Den habe ich aber mit dem Main auf der Bank liegen. Seht ihr? Täler hat da auf der Bank liegen. Das ist ein Stoffteil. Und am Mittwoch sollte ich das eigentlich lernen können. Und deswegen habe ich da dementsprechend auch nicht mehr weitergemacht. Habe ich mir damals irgendwann zu Burning Crusade, glaube ich, erangelt. Und seitdem habe ich das auf der Bank liegen, weil das zu meiner Angel-Ausrüstung gehört hat. Und jetzt kann ich es endlich dann das Stoffteil lernen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es mit noch einem Stoffi farm, aber da habe ich ja eh schon vor einigen Monaten, habe ich mir da eh schon gehört, okay, mit Warwolf in kann man dann alles T-Mocken. Und dann habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf. Da warte ich einfach und dann hole ich mir erst die Gedönse. Ja, und das andere, was wir hier haben, sind dann Time Walker. Und hier seht ihr, da haben wir alle möglichen Sachen drin. Und das sind halt auch wieder Time Walker-Marken, ne, MOP, WOD und Legion. Das sind auch wieder Time Walker-Marken, wo man halt wieder das Zeug upgraden kann. Also das dürfte dann eigentlich rausfliegen, sobald die Waffe mit MOP-Remix rausfliegt. Was aber noch drin ist, sind die ersten drei Expansions. Und zwar, oder die ersten, ja, untersten Time Walker-Expansions, also Burning Crusade, Red of the Ledge King und Cataclysm. Und das liegt so ein bisschen dran, diese haben im Time Walker neue IDs. Bedeutet, jegliches Item, was es im normalen Dungeons gibt, hat im Time Walker eine andere ID in den ersten drei Expansions gegeben. In den höheren haben sie dann dieselben IDs und haben einfach nur ein anderes Item-Level. Also Blizzard hat dann das System ins Positive geswitcht und hier ist es halt noch kacke, ne. Und ich habe jetzt schon angefangen, die ganzen Dungeons zu farmen. Jetzt zum Beispiel in Burning Crusade fähren wir jetzt nur noch drei Items. Und ich sage euch, das ist ein richtiger Scheiß, weil du kriegst ja immer eine Random-Inni. Dann musst du mit der richtigen Klasse, mit der richtigen Lootspack, und dann gibt es ja nur eine kleine Chance, dass was droppt. Und im MOP ist so ein riesen Loot-Pool. Und dann kriegst du wieder selber keinen Loot. Und ach, das Zeug zu farmen ist richtig ätzend. Und vor allem, man hat dann alle paar Monate immer nur eine Woche Zeit, um dann die jeweilige Expansion zu farmen, ne. Und hier gibt es sowohl halt Dungeon-Loot, hier in Burning Crusade fähren wir noch drei Sachen, als auch Loot quasi für den Raid. Und beim Raid bin ich jetzt zum Beispiel hier auch schon bei 70%. Es gibt aber auch eine Quest für den Raid, und da bin ich jetzt erst bei 17%. Und hier ist es so, dass du einfach immer den Endboss umhauen musst. Und da droppen halt richtig viele Sachen. Und die Sachen, die jetzt hier droppen, sind dann zum Teil halt der Loot aus den anderen Raids, ne. Also Burning Crusade kriegt man ja jetzt quasi nur Illidan, oder halt Black Temple mit Illidan. Und zu dem Set, in Anführungszeichen, damals, ich glaube T6 ist es, hat ja jetzt Mount Hial auch noch dazu gehört. Und hier in dem Sack kriegst du dann quasi die ganzen Aussehen von den Mount Hial-Gedönsen. Und ihr seht, hier sind teilweise dreimal derselbe Kopf drin. Das hat natürlich alles dasselbe Aussehen, aber alles eine neue ID. Und dann ist der Pool natürlich riesig groß. Und ja, ich muss es jetzt halt eigentlich immer so machen, dass ich diese Quest jedes Mal, wenn das Event ist, mit allen Charts, die ich habe, einmal quasi Illidan umklopfen. Und selbiges ist es dann halt auch in Red of the Lich King, ne. Red of the Lich King habe ich richtig durchgezogen. Da habe ich jetzt alle Dungeon-Drops und brauche halt nur noch die Raid-Drops. Und da ist es halt ebenso mit der Quest, die man hier hat, mit den Kisten. Da gibt es dann halt auch wieder alle möglichen T-Mocks aus diesen Kisten mit anderen IDs. Also die T-Mocks an sich habe ich natürlich alle, aber natürlich diese Timewalker-Zusatz-IDs nicht. Und das sind halt sehr, sehr viele. Heißt, das wird noch eine sehr langwierige Angelegenheit, an das alles reinzubekommen. Und das ganz gleiche ist halt auch in Cataclysm. Da brauche ich noch ein paar Dungeon-Sachen. Da sind es jetzt noch hier drei und da eins, also vier Teile. Und dann hast du halt mit Firelands, ne, halt auch wieder dasselbe. Die ganzen Drops in Firelands an sich. Und dann natürlich wiederum die Quests, wo dann ein Haufen IDs drin sind. Wobei in Firelands sind es irgendwie nur 42 IDs, die ich jetzt hier noch brauche. Und da auch nur noch 118. Wenn wir jetzt vergleichen, Blood of the Lich King, ne, da habe ich halt Ulduar 353. Liegt so ein bisschen dran, weil es in Ulduar quasi Loot im Zehner gab. Zehner, ja, HC gab es ja nicht, aber quasi die Bosse, wenn man sie im Hardmode spielt, also Zehner Hardmode Loot, dann gab es 25er und 25er Hardmode Loot. Und deswegen sind das so viele verschiedene IDs in Ulduar, ne. Wenn du jetzt guckst in Burning Crusade, da gab es halt eine Schwierigkeitsstufe, das war's. Gut, da habe ich schon 70%, aber es sind nur 39 Items, ne, die nachher noch fehlen. Also es ist ein bisschen über 100 Items, die es insgesamt im Black Temple gibt. Also 100 IDs quasi. Genau, das ist das Timewalker-Ding. Und dann sind es jetzt noch ein paar kleinere Dinge. Einmal haben wir hier Promotion. Da fehlt mir jetzt noch dieses Banner aus dem, ähm, ja, Great Push Season 4. Da habe ich mitgemacht, haben meine zwei Keys gespielt. Dauert halt immer nur ewig, bis sie das Banner rausrücken. Und das andere ist das, was mir seit Ewigkeiten fehlt, und zwar die Ogergötze, curved Ogergötze oder geschnitzte Ogergötze im Deutschen. Hm, vielleicht bringen sie die irgendwann mal noch im, als Drop oder, wenn ich Glück habe, auch im Handelspost. Mal schauen. Und Dronst ist halt PvP. Da sind halt die kaputten Assembles, die ich gesagt habe, ne. Jetzt hier Legion und Shadowlands, die bisschen über 100 Sachen zusammen, äh, sind halt Assembles, ne. Wo ich halt die Assembles nicht, ähm, also ich kann die kaufen, aber ich kann sie nicht einlösen, weil er mir sagt, ich habe alle IDs und, oder ich habe alles T-Mog, so rum. Und der geht leider nicht auf die IDs, sondern nur auf die vorhandenen T-Mogs. Also wenn man hier das Aussehen einmal hat, kann man es nicht mehr einsetzen. Und auch wenn es von einem Aussehen halt fünf Teile gibt, ähm, ja, dann kriegt man, kann man es nicht einsetzen, obwohl es, wenn man es einsetzen könnte, alle IDs kriegen würde. Im MOP-Remix haben sie es ja gefixt. Da konnte man die Dinger ja trotzdem dann einsetzen. Ich finde es sehr schade, wenn sie schon anscheinend, ne, es geht ja, wie es MOP-Remix gezeigt hat. Sie haben es leider nicht für die PvP-Assembles übernommen. Und dementsprechend komme ich jetzt an die Sachen nicht dran. MOP ist jetzt hier zum Glück raus. Ich habe Nalak zu Tode gefarmt und endlich da den letzten Umhang gekriegt. Ähm, der ist jetzt hier rausgeflogen. Und was halt noch drin ist, ist ganz gut. Ich habe jetzt hier die aktuelle Season. Ich habe aber tunlichst darauf geachtet, jetzt in der kompletten Expansion, dass ich nie die Gladiator-Sets voll mache. Dass ich immer das quasi, ich habe mit keiner Season, habe ich das Set komplett voll gemacht, sondern immer ein paar Dinger ausgelassen, dass ich dann, wenn da Assembles kommen, dass ich die auf jeden Fall alle lernen kann, dass mir halt nicht die gleiche Scheiße passiert wie hier, ne. Da habe ich tunlichst darauf geachtet. Genau, das soweit zu PvP. Dann Crafted Items, hatte ich vorhin schon gesagt. Das sind nur als Währung hier drin, weil ich die Evoker-Legendary-Quest noch nicht fertig habe. Da bin ich aber dran. Und hier bei Charakter haben wir ja uns diese Waffe schon angeguckt mit den Upgrades. Und das zweite, was hier aber noch drin ist, ist der Legendary-Bogen von Sylvanas. Den habe ich noch nicht. Rechne ich aber jetzt auch ein bisschen zu den Dungeons dazu. Und das andere, was wir hier noch haben, ist der Handelsposten. Und ja, da sind halt einfach die paar T-Mox-Teile jetzt vom Juli noch drin. Gut, das war es eigentlich soweit. Ihr seht, viel fehlt nicht mehr. Das Allermeiste, was ich habe, ist tatsächlich Shadowlands und Dragonflight Raids. Mit noch ein bisschen gepaart Timewalker-Sachen, die man aber halt immer nur temporär erledigen kann. Und ein paar PvP-Sachen. Das andere ist, wenn dann alles irgendwelches verpackte Zeug. Ja, genau. So viel dazu. Ich werde jetzt die im Pre-Patch, denke ich mal, noch schauen, dass ich quasi hier die Sachen noch fertig kriege. Also mit meinen Charts noch ein bisschen im Plus-Spiel. Hoffentlich die letzten paar Drops noch kriege. Natürlich dieses Pre-Patch-Gedönse machen. Da gibt es ja ein neues Event und so ein Stuff. Da werde ich aber, denke ich mal, auch noch Videos zu machen, wenn wir uns das alles farmen. Und dann werde ich schon mal loslegen hier mit Shadowlands Raids. Und mal gucken, ob ich schon vielleicht die niedrigeren Schwierigkeitsgrade, ob man dann schon was solonen kann. Beziehungsweise vielleicht den kleinen Gruppen, das dann im Legacy-Load-Modus schon mal angehen, um das zu farmen. Und gut, dann steht eh schon die Expansion vor der Tür. Da werden wir sicher, dass ein oder andere dann noch zu tun haben. Und ja, dann sieht es aber bei mir zumindest so eine Collection schon mal sehr gut aus. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich glaube, ich habe euch alles soweit gezeigt. Sollten noch Fragen sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, ich werde übrigens die Tage noch einen Video-Guide erstellen, weil das jetzt mehrfach nachgefragt wurde zu All the Things an sich. Mit den Einstellungen, das ist ja ein sehr komplexes Add-on. Da werde ich nochmal was zu machen. Ich habe zwar schon ein Video gemacht, es ist aber sehr lange her. War, glaube ich, irgendwann Shadowlands. Also es ist bestimmt schon zwei Jahre her. Und dass wir da einfach nochmal was Aktuelles haben. Ich warte aber jetzt noch den Pre-Patch ab. Ich weiß jetzt nicht, ob sie für 11.0 noch irgendwas hier umstellen. Will jetzt ungern ein Video erstellen und dann ist es quasi danach schon wieder für die Cuts. Deswegen warte ich das noch ab. Aber da kommt auf jeden Fall was. Juti, damit sind wir durch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Teller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.